So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn es ist wieder soweit, der Community Raid steht an, aber diesmal anders als gedacht. Normalerweise gucke ich immer, wenn um 10 Uhr die Raid-Bosse wechseln, wenn ein neues Event ist oder eben Raid-Boss-Wechsel ist, muss ja nicht immer mit einem Event zusammenhängen, dass ich dann um 11 Uhr den ersten, der aufgegangen ist von den Eiern, die ab 10 erscheinen, poste, vor Ort gehe, an die Arena, Video drehe, 10 Leute mitnehme, die ich vorher im Community Tab suche und wir dann ein super Video haben, euch die Arena nochmal zeige, ein bisschen was dazu erkläre, wo die ist, was das ist, hin und her, ist immer super spannend. Heute war alles anders, heute habe ich seit 10 Uhr da gehangen, habe immer geguckt, geht ein Raid auf nach 11 Uhr? Nein, geht ein Raid auf nach 12 Uhr? Nein, also doch, ja, weil 13.30 Uhr ist ja auch nach 12 Uhr. Hallo Adi-Schatz, Adi nicht jetzt, Adi nicht, du machst alles kaputt. Zum Glück habe ich noch 3 Minuten noch was. Und weil es eh jetzt draußen regnet die ganze Zeit, richtig bescheidenes Wetter ist und ich gar keine Zeit habe, wenn ich das jetzt doch alles filme und dann wieder heim und dann alles rüber ziehe und dann zusammenschneiden und exportieren und hochladen, das wird alles zu knapp heute mit dem Stream, der da noch ist und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das jetzt einfach hier so auf. Ich habe den trotzdem wieder gepostet im Community Tab, ich zeige euch trotzdem, wen ich einladen werde. Wer dabei ist, wenn man auf dem Kanal ist, sieht man nämlich hier im Community Tab, dass ich da immer einen Community Raid poste beim Raid Boss Wechsel, steht auch da, 13.31, Demeteros Community Raid, Ramses Raid Party und Ramses Raid Mania laden ein. So, jetzt hat sich der Adi wieder schön auf die Tastatur gelegt und sabotiert hier alles. Jetzt sind auch alle Handys runtergefallen, ah, ist das super, wir haben aber noch 3 Minuten Zeit. Vorhin ist auch das eine Rad von meinem Stuhl abgebrochen, jetzt musste ich mir ein neues 5er Pack bestellen. Bin ich mal gespannt, ob das morgen kommt, sonst wird es nämlich die nächsten Tage mit dem Stream ein bisschen kompliziert. Ich muss auch alles One-Tickets machen, ich kann auch nichts schneiden. So, Ramses Raid Party, Ramses Raid Mania laden ein. Deswegen habe ich hier noch 2 Handys drauf. Früher musste ich immer mit 6 Accounts vor Ort sein, musste da raiden, musste da machen, habe ein paar mitgenommen mittlerweile durch die Fan Raids und die vielen Leute, die mitmachen. Reicht es, wenn ich 2 Accounts habe, die jeweils 5 einladen, plus mich selber. Wer macht jetzt alles mit? Da geht man hier drauf. Ordnet mal auf Neueste und dann sieht man, wer hat wirklich den ersten Kommentar geschrieben, wer war der Erste, der da war. Da haben wir Blood and Tears, Kuli Dieter, Trainer Sir Ups, Mazofix und Genaya, das sind die ersten 5, die ich mit einem Account einlade. Dann haben wir Heise, nicht Heisel, sondern Heise, IHL. Holmes Sherlock, Chefe, Fan Raid Go AMK, eigentlich den Hannes, aber nicht, der Hannes will vor Ort mitmachen. Ich muss sie nur privat machen und dann öffnen, wenn alle drin sind, dann muss er gucken, dass er rechtzeitig noch reinkommt. Deswegen ist Meebo, Meebo 7, der Letzte. Gleichzeitig haben wir hier natürlich auch gepostet, die Übersicht von Demeteros. Ach mein Gott, jetzt müssen wir hier nochmal drauf und nochmal. Da ist so eine Grafik, die Raid Übersicht. Demeteros hat 22,41, wenn es 100% hat, oder 28,01 mit Wetterboost. Ist ein super starkes Pokémon. Ist das erste Mal jetzt als Shiny verfügbar in dieser Tiergeistform. Ich würde euch raten, verbratet eure ganzen Pässe, die ihr habt. Eure freien Pässe zumindest für Demeteros. Wer kein Demeteros machen möchte, der hat noch Mega Taubos bis Freitag da, aber ne, dann ein anderes Gedöns, was man eigentlich gar nicht braucht. Ihr hättet Praktibalk für Shiny Hand, aber das kriegt bestimmt irgendwann mal ein Seaday wie Scheinux. Wuffels ist aber auch jetzt so lange drin und auch außerhalb, wenn Kabukime dann kommt, ist Wuffels ja wahrscheinlich auch noch drin. Also könnte man bei Kabukime dann lieber Wuffels Raids machen. Aber jetzt halt auf Demeteros und Shadrago ist auch für die Shiny Jäger. Ich mache Demeteros, obwohl ich keinen Demeteros mehr brauche. So, ich habe meinen Demeteros 100% auf Level 50. Kann ich hier auch nochmal kurz was zeigen. So, Demeteros haben wir hier. Das ist glücklich, das ist 100%, das ist auf Level 50. Wenn ich ein paar XL noch sammle, könnte ich dieses 100% auch noch ein bisschen hochziehen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wer alles da ist, ob alle reinkommen. Ich habe nämlich gesehen, der Meebo hat noch nicht angenommen. Ich habe wirklich heute, wie gesagt, ich mache das so gerne, am Community Raid rauszugehen und draußen an der Arena zu raiden, aber heute zeitlich bedingt und durch das Wetter ist es halt nicht möglich. Ich muss jetzt bei den Kleinen hier erstmal gucken. Ist Meebo noch dazugekommen? Also, diesmal ist es aber wirklich so, ich habe nur diese vier Leute hier drauf. Ich habe Meebo geedit, aber Meebo hat nicht angenommen. Schade, denn den einen Platz von Meebo hätte ja eigentlich jemand anderes noch haben können. Ich lade jetzt ein, privat. Das seht ihr gerade nicht. Muss ich bei einem nämlich hier drauf drücken. So, so. Machen wir hier Gruppe erstellen. Haben dann hier Smetbo, Bisa Sam und Glomanda. Schmeißen das auch rein. Auch Adi! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Die sind eingeladen. Jetzt muss ich hier gucken. Dass ich mit dem Main-Account reinkomme. Smetbo, Bisa Sam und Glomanda. Wenn ich 10 einlade und ich selber habe 3, sind es 13. Einer fehlt. Das heißt, sobald es 12 wären, könnte ich die Lobby auf öffentlich stellen. Jetzt fehlt noch einer, weil ich glaube, der NetGhost wollte vor Ort auch noch mitmachen. Genauso wie eben Hannes. Also, sobald es 12 sind, jetzt sind es 12. Jetzt kann ich die aufmachen. So könnte jeder, der jetzt in der Umgebung ist oder jeder, der sich halt teleportiert oder irgendwas, noch mit beidrehen. Mal gucken. Ein NetGhost erwarte ich als Nummer 13. Ein Rammdusch, ein Alfa Schaf als 14 und 15. Wenn sie nicht noch einen Gast eingeschlichen hat. Das sind meine zwei. Der Heise ist drin. Der Heigo ist drin. Die Sarina ist drin. Also, der Tobi war am Anfang. Holmes, Sherlock, der Chefe. Jenner, Trainer, Serbs, Kuli, Dieter. Ich hier, Mazofix. Die Schrippe. Jetzt verstehe ich das. Deswegen stand dort, die Schrippe macht auch mit. Ich dachte, wieso bezeichnet er sich als Schrippe? Aber okay, dann war das so. Hier leider immer noch nichts. Auch wenn ich nochmal auf Einladen gehe, sehe ich nur bei denen die, die ich eingeladen habe. Die sind ja grau, sind nur vier Stück. Und unten bin nur noch ich und ein anderer Account von mir. Also, Mibo ist nicht da. Bier, Lolli ist drin und die Schrippe. Ich habe auch keine Ahnung, wer Bier-Lolli ist. Ist das ein kleiner Account von Bier-Benni? Hannes fehlt aber. Wo ist Hannes? Hannes. Hannes, wo bist du? Oder war Hannes vorne? Warte mal. Zwölf? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon wieder nicht. Jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Zehn, elf, zwölf, dreizehn. Minus eins, zwölf. Dann Schrippe, Dings. Sind vierzehn. Waren wir jetzt vierzehn? Ja, wir sind eigentlich vierzehn. Das heißt, weil Schrippe und Bier-Lolli drin ist, würde das passen. Jetzt sind wir aber irgendwie nur dreizehn im Kampf. Das heißt, einer ist rausgeflogen. Eben waren wir noch vierzehn, jetzt sind wir dreizehn. Einer ist rausgeflogen und die zwei Hannes haben trotzdem gefehlt. Ihr seht, der hat Typ Flug, ja, der hat Typ Boden. Können da Eis nehmen. Nehmen Eis gegen den Flugtyp irgendwas. Auch Wassertypen sind da ganz interessant. Seht ihr hier, meine zwei kämpfen zum Beispiel gerade mit Kyogre. Als Wassertyp in der Mitte ist hier Garados dabei, was da draufhaut. Ihr könntet auch eine Mega-Entwicklung machen mit Garados oder mit Mega-Tour-Dog. Da dürftet ihr an sich leichtes Spiel haben. 21,82. Hier ist auch alles aufgestiegen. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir aber noch fangen. Gucken, ob ein Shiny dabei ist irgendwo. Es gab sechs XL. Ach, sechs Sonderbonbons. Ist da durch, durch, durch. Pokémon-Aufbewahrung ist voll. Das ist kein Shiny. 22,09 hat der. Jetzt drücken wir mal auf den anderen. Das ist auch kein Shiny. 21,95. Das heißt, der Main-Account hat wieder mal das kleinste. Blood in Tears, letzter Angriff. Heise, stylish, cooler Look. Fanrate, Go-AMK, Reisender aus 16.000 Kilometer Entfernung. Wo wohnt der denn? Ramses, reichlich Freunde, Chefe, geballte Ladung. So, ist schlecht, weiß ich jetzt schon. Aber kann trotzdem ein Shiny sein. Ist aber keins. Demeteros ist halt wieder ein bisschen nervig zu fangen. Dadurch, dass er natürlich immer hin und her fliegt. Ich tu das jetzt mal hier runter, das Brettle. Ich stelle euch jetzt direkt mal hier davor. Der Kreis dürfte an sich jetzt nicht das Problem sein. Hauptsächlich geht es dann wieder um. Guck, Kreis einstellen. So, wir lassen das mal. Kann aber sein, dass das jetzt nur als großartig zählt. Wenn ich da reintreffe. Wir haben Geduld. Wir warten also. Bis der in der Mitte ist. In der Mitte angreift. Ihr wisst, ich hasse Pokémon, die fliegen. Weil die dann immer links die ganze Zeit rumhängen und nichts machen. Oder nach rechts gehen, die ganze Zeit rumhängen und nichts machen. Ich brauche Pokémon, die in der Mitte sind. So wie ihr jetzt. Die dann Aggro sind, sodass sie permanent angreifen. Sodass ihr immer in den Angriff reinwerft. Es ruckelt wieder. Kreis. Lassen wir es so. Kreis hat gepasst. Nicht mehr auf den Ball drücken. Erst wieder den Ball berühren, wenn er angreift. Er greift an. Also curve ich jetzt kurz. Werf drauf. War ein bisschen zu kurz. Da hätte ich mir Bums in den Finger legen sollen. 1, 2, 3. Gut. Ja, ist trotzdem drin im zweiten Ball. Wir hatten auch genügend Bälle. Also geht ja um nichts. Nur ein paar XL-Bomber ums Mitnehmen. Gucken wir hier auch mal rauf, wie die Bewertung ist. Der hat jetzt hier 12, 13, 10. Römhild, Thüringen. Ja. Ist halt jetzt nicht so das Heftige. Was ich nicht verstehe. Der Hannes hat extra hier noch ein Lockmodul angemacht. Guck. Der ist so am Hefemarkt hängen geblieben, weil wir da immer die Bier-Tastings gemacht haben. Und hat sich so in sein Lockmodul, in sein Moos-Modul reingestampft, dass er wohl den Raid einfach vergessen hat. Das ist natürlich doof. Wart ihr jetzt dabei beim Community Raid? Habt ihr einen Shiny bekommen? Habt ihr einen Hunderter bekommen? Habt ihr was Gutes bekommen? Habt ihr heute schon einen Raid gemacht von Demeteros? Freut ihr euch auf Demeteros? Das werdet ihr viele Demeteros-Raids machen. Wenn ich das nicht schon als Hunderter hätte, hätte ich richtig durchgezogen. So mache ich mir heute einen ruhigen. Morgen in der Raid-Mania, also in der Raid-Stunde, werde ich ja eh von euch eingeladen. Da schaue ich, ob ein Shiny dabei ist. Und wenn in der Raid-Stunde morgen kein Shiny kommt, werde ich am Donnerstag bei Raids für Zuschauer selber mitmachen und mich einladen. Ansonsten brauche ich keine Einladungen annehmen. Ich werde die zwei täglichen Pässe nur machen und habe wieder mal Ruhe. Genauso wie bei Kabukime habe ich dann auch Ruhe. Und ich warte wirklich auf einen Raid-Boss, der mir noch als Hunderter fehlt. Wo es sich lohnt, den zu raiden. Kabukime, wenn der schon Shiny da wäre, okay, hätte man eine Hand machen können. So ist noch nicht Shiny, braucht man nicht. Ich habe momentan keine Ziele, aber Münzen. Und das heißt, ich habe Urlaub. Ich habe die ganze Zeit Urlaub. Ich muss die ganze Zeit warten, bis was kommt. Packt mal Ho-Oh wieder rein. Brauche ich noch einen Hunderter. Würde ich jeden Raid machen und jede Einladung annehmen. Denn das fehlt mir. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Habt ihr Bock auf Demeteros? Eigentlich müsstet ihr Bock haben. Starkes Pokémon. Erstes Mal als Shiny da. Mozart-Frisur. Was will man mehr? Heute Abend ab 18 Uhr auch Raids für Zuschauer. Donnerstag ab 18 Uhr Raids für Zuschauer. Freitag Mega-Raids für Zuschauer mit dem neuen Mega-Raid-Boss ab 18 Uhr. Da auch Community-Raids tagsüber. Mal gucken, ob das besser passt, dass einer aufgeht in der Stadt und wir wieder ein Video draußen haben. Ansonsten sage ich, sehen wir uns heute Abend. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.